Hallo, ich bin Hendrik Fuchs und ich bin seit 20 Jahren in der IT-Titel. Wenn ich in ein neues Projekt gehe, dann ist das Ziel Erfolg zu haben. Das Produkt soll gewinnbringend und das Team erfolgreich sein. Damit das Projekt erfolgreich wird, braucht es verschiedene Rollen. Die eines Projektleiters, der sich um die Vision kümmert. Die eines Requirements-Engineers, der sich um die Anforderungen kümmert. Und der agile Coach kümmert sich darum, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation stimmt. Meine Art zu arbeiten ist, ich schaue, was in der Firma gut läuft. Wenn ich Sachen entdecke, wo man verbessern kann, dann gehe ich die an. Ich löse gerne Probleme, es macht mir einfach Spaß. Was oft in den Projekten fehlt, ist die Vision. Die Vision ist das A und O und bringt die Energie rein. Im Team gibt es natürlich auch Konflikte, die ich als agiler Coach dann angehe. Die realistische Zielsetzung, die muss man zusammen mit dem Kunden abstimmen, dass das Projekt auch wirklich erfolgreich sein kann. Es geht darum, möglichst schnell und mit guter Qualität auf den Markt zu kommen. Feedback-Schleifen sind essentiell. Das Team weiß, ist es richtig unterwegs und der Kunde weiß, die Projektvision wird so umgesetzt. Ich bin der, der Ihre Projektvision realisiert.